Willkommen, abonnieren Sie den Kanal, um die schnellsten Nachrichten des Tages zu erhalten. Dauersingel Pietro Lombardi wünscht sich nicht nur eine neue Freundin, sondern auch weiteren Nachwuchs. Dieser Traum könnte sich nun bald erfüllen. Seit der Trennung von Sarah hat Pietro Lombardi noch keine Frau gefunden, mit der er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Kann doch nicht sein, dass ich seit vier Jahren Single bin. Ich bin doch ein Beziehungsmensch, klagte er kürzlich vor laufenden Kameras. Doch das könnte sich bald ändern? Die absolute Doku über Pietro Lombardi scheint bei den TV-Zuschauern sehr gut angekommen zu sein. Das verdeutlicht eine Videobotschaft, die der Sänger auch von seiner guten Freundin Jana Inazarella erhalten hat. Seit gestern bekomme ich Namstab-Nachrichten von Frauen, die dich kennenlernen wollen, erklärt sie in ihrer Instagram-Storyl. Entweder sagst du selbst, dass es nicht geht, dass ich dich nicht vermitteln kann. Oder du sagst, gute Idee. Wir gründen einfach Tinder-Ella und ich schicke dir ständig alle Nachrichten, bis du eine eine Dame findest, in die du dich verliebst. Aber bitte, sag was. Es sind unzählige Nachrichten. Alle wollen dich kennenlernen. Was mache ich jetzt, Pietro? An Interessenten mangelt es Pietro also nicht. Ob er Jana Inaz Angebot wohl annehmen wird? Vielen Dank, dass Sie uns folgen.